Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Sei es eine Trennung, Tod, ein Unfall, was auch immer es ist, du warst das eine und jetzt bist du etwas anderes. Wir alle haben unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Themen, unsere eigenen Dämonen. Danke, dass wir zusammen diesen Moment erleben dürfen. Es ist ein Moment, von dem so viele geträumt haben. Heute schreiben wir Geschichte. Der Typ, für den du arbeitest, ist ein böser Mensch. Ich arbeite nicht für ihn, meine Firma arbeitet für ihn. Wirst du dich morgen benehmen? Ich hab dir gesagt, ich mach nur meinen Job. Ich bin Reporter. Ich beobachte Menschen, die nicht beobachtet werden wollen. Was ist an den Vorwürfen dran, dass Sie die schwächsten anwerben für Tests, die letztendlich Menschen töten? Sie sind am Ende, Mr. Brock. Ist das eine Drohung? Man muss lernen, sich in aller Öffentlichkeit zu verstecken. Ich kann das ziemlich gut. Aber Sie, Sie sind schlechterin, wer auch immer Sie sind. Ich arbeite für die Life Foundation und ich brauche Ihre Hilfe. Wir haben etwas entdeckt. Wir nennen sie Symbionten. Carlton Trey glaubt, dass die Verbindung zwischen Mensch und Symbiont der Schlüssel zu unserer Evolution ist. Ich fühle mich wirklich krank. Ich höre eine Stimme. Eddie. Du bist nicht real. Du bist nur in meinem Kopf. Ich brauche Mr. Drakes Eigentum zurück. Ich habe keine... Warum sollten wir das tun? Wenn du bleibst, dann wirst du nur den bösen Menschen wehtun. So wie ich das sehe, machen wir, was immer wir wollen. Haben wir einen Deal? Bist du bereit, das eine zu opfern? Was dir am meisten bedeutet? Sie sollten große Angst haben. Was zur Hölle bist du? Wir sind... Wir sind verletzten... Wir sind verdammt. Wir sind verdammt... Ich habe etwas richtig Schlimmes gefunden. Und ich wurde... Eddie. Wer war das? In Besitz genommen. Wenn Sie sich die Welt anschauen, was sehen Sie dann? Einem Planeten kurz vor dem Kollaps. Menschen sind entbehrlich. Aber Mensch und Symbiont in Verbindung schafft eine neue Rasse, eine neue Spezies. Eine höhere Lebensform. Was willst du von mir? Das wirst du rausfinden. Das tut mir so leid. Wir können Menschen nicht einfach wie tun. Sieh mir in die Augen, Eddie. So wie ich das sehe. Können wir machen, was immer wir wollen. Haben wir einen Deal? Augen, Lungen, Pankreas, so viel Snacks und so wenig Zeit. Diese Macht hat nicht nur Schlechtes. Du hast keine Ahnung, wie sehr du mir gerade Angst einjagst. Eddie, kooperiere. Dann wirst du vielleicht überleben. Jungs, ihr wollt das nicht. Vertraut mir. Große Fortschritte haben immer ihren Preis. Wir werden beide Arme und beide Beine von dir fressen und dann dein Gesicht direkt von deinem Kopf. Dann bist du ein armloses, beinundkissigloses Ding, das die Straße herunterrollt. Wie ein Kackhaufen im Wind. Was zur Helle bist du? Wir sind Wangen. Oh, ich, ich hab'n Parasiten. Äh, Nacht, Mrs. Chen. Ich hab'n house einfach purple, der stelle